Erstmal die privaten Fragen. An einem freien Abend lieber Netflix gucken oder zocken mit den Freunden? Zocken mit den Freunden. Der Kleiderschrank bei dir zu Hause hat noch viel Luft oder braucht man beim Einräumen Tetris-Skills? Man braucht viel Skills, weil auch nämlich viele Sportsachen unterkommen müssen. Wenn du sonntags aufwachst und kein Spiel ansteht, ist die Zeit auf dem Wecker dann ein- oder zweistellig? Zweistellig meistens. Unter der Woche wirklich auch früh, aber am Wochenende oder wenn freie Tage sind, dann kann es auch mal gern länger sein. Lieber ein Konzert von Helene Fischer oder von Rammstein? Helene Fischer schwer, Schlager generell schwer bei mir. Deswegen würde ich jetzt mal Rammstein an der Stelle sagen. Okay, was hörst du sonst so für Musik? Alles. Also so Top-100-Charts, Pop in die Richtung eher. Lieber Nutella-Brot. Oh, das ist eine gute. Lieber Nutella-Brot. Mit oder ohne Butter? Ganz klar ohne Butter. Da habe ich wirklich unendlich viele Diskussionen schon geführt. Ich sehe schon abwinken. Da gibt es nur eine Antwort eigentlich. Aber gut, lassen wir so stehen. Jetzt kommen wir zu den sportlichen Fragen. Der Name THW Kiel. Lässt mich zittern oder lässt mich kalt? Boah, lässt mich kalt. Zum Regenerieren ab in die Eiszonne oder lieber massiert werden? Beides am besten. Wenn ich mich entscheiden muss, dann die Massage. Okay. Lieber werfen oder lieber blocken? Werfen. Also das ist absolut meine Stärke. Lieber auch Angriffe als Abwehr. Deswegen auf jeden Fall werfen. Okay, warte. Bei der musst du jetzt gut zuhören. Lieber gut essen in Leipzig oder mit Leipzig gut spielen in Essen? Gute Frage. Lieber gut essen. Und das aus dem Grund, weil wir auch gegen Essen jetzt gerade in dieser Saison nicht mehr spielen, weil wir in der zweiten Liga spielen. Aber definitiv mal gut essen. Okay, die letzte noch. Lieber mal Welthandballer werden oder Weltmeister? Welthandballer. Wobei Weltmeister würde ich auch gerne nehmen. Also schwierige Frage, aber dann doch eher Welthandballer. Luka Witzke, danke fürs Mitmachen. Viel Erfolg dir und der ganzen Mannschaft beim Spiel des SCDHFK Leipzig gegen THW Kiel am 7. September um 19.05 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena. Ja, sehr gerne. Und an alle, kommt gerne vorbei und unterstützt uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns.